Beginnen wir mit den Sowjets. Es wird geschätzt, dass 1945 die größte Massenvergewaltigung in der Geschichte an deutschen Frauen begangen haben. Es gibt auch das Massaker von Katyn, bei dem über 20.000 polnische Offiziere illegal hingerichtet wurden. Auch die USA haben sich im Pazifik Vergewaltigungen zuschulden kommen lassen, wenngleich die Zahlen im Vergleich zu den Sowjets verblasst sind. Die Zahl der Vergewaltigungen ging eher in die Hunderte als in die Millionen. Großbritannien wird oft für die Hungersnot in Bangladesch verantwortlich gemacht, bei der etwa zwei bis drei Millionen Menschen verhungerten. Sogar Frankreich war daran beteiligt, als die französische Resistance viele Menschen als rasche für den Krieg hinrichtete. Deutsche Soldaten und französische Kollaboteure wurden kurzerhand hingerichtet. Frauen, die kollaborierten, wurden kahlgeschoren und gezwungen, nackt oder halbnackt durch die Straßen zu marschieren. Frauen, die chickpecker und die personelle, die schnell dieiern, die sch aviation überraschen. Frauen, die sie zusammenwunnen, knackten, die sie in die일�ingang, leer und zupften, die sie in der ganzen Köln haben. Frauen, die Schweizer und die Klugoter. Frauen, die die sie in der ganzen Köln haben, Frauen, die sie in die Nähe von derwestern und die in die Nähe von der Französische Kollaboteure wurden. Frau, die Frau, die Schatten zu haben,